Nach einer Nachtfahrt von Wien und Frühstück in der Ramsau, Aufstieg von hier zur Hunderscharte mit dem Ziel, den Kopenkarstein. Untertitelung des ZDF, 2020 Klicke zurück zur Talstation und dann kommt der Nebel. Er entsteht zum Bescheiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Hunderscharte, der Nebel aber bleibt. Der Hallstattgletscher, hier begegnete mir eine Gruppe Bergrettungsmänner. Der Einstieg zur Austria-Scharte und über die Leiter zum Rosmarinstrahl. Weiter geht es um den Kratien unterstiegene Christmenschern. Der war nun Arreste und das Ebenreis ist wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufstieg zum Kammel. Und von dort bin ich dann auf einem Schwer zu finden. Und von dort bin ich dann auf einem Schwer zu finden. Und der Nebel fahre das zum Einstieg des Irk-Kletterschnecks. Das ist jetzt der Einstieg des Irk-Kletterschnecks auf dem Kammelkreis. Es dieselt wieder, so bin ich wieder zurück zum Ebenreis. Nach dem Geröttschner die Steilstufe hinunter. Zum leiten Teil des Irk-Kletterschnecks. 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 Das war die Schwer-Kletterschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckschneckend. Eine Überraschung. Eine kleine Kutter von Steinbeck hier zu beginnen. Blink ins Einstal und die grünen Almen kommen schon näher. Glitterer auf der Kampsfeldspitze. Die Kampsfeldspitze und mein Abstiegsweg über das K. Die Austria-Hütte. Glitterer auf der Kampsfeldspitze. Glitterer auf der Kampsfeldspitze. Glitterer auf der Kampsfeldspitze. Glitterer der Kampag und der Talstation der Dachsteinseilmann. Die Dachstein-Südwende und es ist doch noch ein schöner Tag geworden. Wir sehen uns gleich wieder.